Er hat eigentlich genug Probleme und dennoch gibt es in letzter Zeit eine Person, die ihm einfach keine Ruhe lässt. Immer wieder will sie seine Telefonnummer herausfinden und fragt deshalb bei seinen Freunden nach. Sie war schon achtmal bei ihm zu Hause vor der Haustür, hat sie Fotos geschossen und diese Social Media gepostet. Sie heißt Rosalinde und gibt einfach keine Ruhe, nachdem sie eine Autogrammkarte von ihm erhalten hat, hat sie sich in Florian Silbereisen verliebt. Aber nicht auf die schöne Art, sondern leider auf die hässliche Art. Sie stellt ihm nach. Sie hat sogar versucht ein Foto zu machen, während er auf der Toilette gesessen ist. Gott sei Dank konnte dieser Versuch vereitelt werden. Eine Nachbarin hat ihn rechtzeitig gewarnt. Sein Rechtsanwalt ist informiert, aber auch dieser hat einfach keine Ruhe. Rosalinde gibt einfach keine Ruhe. Sie versucht Florian Silbereisen fertig zu machen, obwohl sie ihn eigentlich liebt und immer in seiner Nähe sein will. Florian Silbereisen ist verwirrt und er weiß sich nicht mehr zu helfen. Jetzt hat er sich Wachhunde besorgt und diese bellen immer wenn sie in seiner Nähe kommt.